Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und grüß Gott zur Folge Nummer 10. Ich muss mich gerade noch mal... ...für Gewissern, dass es auch die Folge 10 ist, hätte ich eigentlich vorher schon machen sollen. In der Tat, die Folge 10 der Erläuterung speziell ausgesuchter Zitate zum Thema Abstraktionen, der Nominalismus Sprachkritik, wir gehen gleich in Medias Res mit der Nummer 47. Einen Gegenstand benennen heißt, von seiner Individualität und seiner Einzigartigkeit Abstand nehmen und in ihm den Repräsentanten einer Kategorie zu erblicken. Nun, das passiert, um es jetzt mit etwas anderen Orten zu sagen, die Sache als solche wird ja im Grunde genommen wiederholt. Und wie sich das abspielt im Einzelnen vielleicht noch mal. Der Mensch, ich, du, er, sie, ist, hat einen Gegenstand vor sich und kramt dann in seinem Vorstellungsvermögen, in seiner Erinnerung nach dem entsprechenden Begriff Wort, je nachdem, wie Merkmale oder Eigenschaften an einer Sache ihn an dieses oder jenes erinnern. Und dann wird eben dieser Gegenstand mit dieser Kategorie beschrieben und bezeichnet. Jetzt ist jetzt aber die Situation, in der jetzt jemand konkret sich befindet, etwas anderes als wenn... Und die Beschreibung, die dann jemand vornimmt, etwas anderes, ob jetzt eine zweite Person sich ebenfalls in dieser Situation befindet und sozusagen aus einer Selbstverständlichkeit heraus die Wahrnehmung bzw. die Beschreibung eines anderen als zutreffend akzeptieren kann. Im anderen Fall ist die zweite Person jetzt nicht direkt mit dabei, sondern würde jetzt über Telefon davon verständigt werden von irgendeiner Sache, dann muss diese wörtliche Beschreibung, ohne dass jetzt jemand eine Sache selbst in Augenschein nehmen kann, direkt muss diese wörtliche Beschreibung schon um einiges genauer sein und umfänglicher, damit da keine Missverständnisse entstehen, werden sich bei der wörtlichen Beschreibung unter Umständen einige jetzt am Telefon einige Gegenfragen ergeben, sodass diese dann ergänzt werden muss, um ein Verständnis daher beizuführen. Wäre jetzt, wenn das Ganze schriftlich stattfindet, noch schwieriger, weil keine direkten Gegenfragen möglich sind, und also die Abstraktion bzw. das Kategorische in den Wörtern tritt umso mehr in Kraft, sage ich mal, je weniger der Sinnesapparat desjenigen, der irgendwas zu verstehen hat, daran beteiligt ist. Das heißt, umso abstrakter jetzt die ganze Angelegenheit für jemanden ist, umso weniger wird die spezielle Individualität, ist im Grunde genommen nur ein anderer Ausdruck dafür, dass es sich um ein ganz besonderes, bestimmtes Geschehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, an einem ganz bestimmten Raum handelt. Und diese Einzigartigkeit wird jetzt per se von sprachlichen Begriffen nicht hundertprozentig und eins zu eins abgebildet, sondern eben nur in einer Allgemeinheit, nur so ungefähr über den Daumen gepeilt, könnte man sagen, so dass diese Spezifizierung auf die besonderen Umstände eben eine größere Detailtreue verlangt. Würde es bloß bei der Kategorie bleiben, würde man jetzt nur mitteilen, dass ein Hund, vor mir sehe ich einen Hund, dann würde jemand, der jetzt am anderen Ende einer Telefonleitung diese Aussage vernimmt, sich sehr schwer, gerade den Hund, der jetzt hier aktuell stattfindet, sich vorzustellen. Würde eben sich einen, eben den Hund vorstellen, der gerade in der Erinnerung sich befindet, oder der einem gerade einfällt, und dieses Bild würde sich erheblich von dem eigentlichen, um das, den es geht, unterscheiden. Also, die Kategorie sagt im Grunde genommen nichts über die Sache aus, ist viel zu ungenau, ist, bietet gerade im Vergleich zu einer Taube, gibt es da einen Erkenntniswert oder eine Unterscheidung, dass es sich eben um keine Taube handelt, und um einen Hund, aber trotzdem sind mit der Kategorie Hund eben noch, eben eben noch viel zu viele Möglichkeiten gegeben, was jetzt da tatsächlich sich vor meinen Augen befindet. Und auch wenn jetzt die Rasse, die Größe, das Aussehen, die Farbe, und mag noch so umfangreich jetzt dieser Hund beschrieben werden, dann ist doch das Bild, das sich jetzt jemand nur aufgrund dieser Beschreibung macht, unter Umständen doch ein sehr verschiedenes von dem Beschriebenen. Um jetzt diese Differenz nochmal etwas umfassender erläutert zu haben. Dann geht es weiter zur nächsten Nummer. Der Begriff ist die Befassung des Verschiedenen und der Gleichen. Das Verschiedene wäre jetzt in dem Fall die Individualität des Besonderen vor meinen Augen und das Gleiche, die mehr oder weniger größere Notwendigkeit, einen allgemeinen Begriff zu verwenden, der dann aber sehr pauschal wäre, wenn es bloß eben nur bei dem allgemeinen Begriff bliebe und sehr klischeehaft, ohne größere Aussagewert, eben nur im Unterschied zu, dass es kein Elefant ist, sondern ein Hund. Aber das wäre es dann auch schon in der Genauigkeit. Bei dieser Nummer 48 trifft das selbe zu, was ich in der vorigen Nummer schon gesagt habe. Interessanter ist die nächste Nummer 49. Hier geht es um die Sprachgewohnheiten und zwar wird hier behauptet, dass diese Wahrnehmungen produzieren. Eine Gewohnheit im Bezug auf den Sprachschatz wird jemand, der jederzeit sofort ein Wort für eine Sache vor seinen Augen parat hat, würde dann eben seinen Blick eher auf die Dinge richten, wo der Begriff bekannt ist. Das muss jetzt hier aus seiner eigenen Erfahrung überprüfen. Ich denke mal, es könnte auch der Fall sein, dass jemand seinen Blick gerade auf das richtet, was ihm nicht bekannt ist. Je nachdem, wie abenteuerlustig jemand ist oder immer nach dem Neuen Ausschau hält, denke ich mal, dann ist das vielleicht auch Sprachgewohnheiten verdankt. Ich denke mal, dass die Dinge, für die es keinen Begriff gibt, die dann auch nicht länger in der Aufmerksamkeit haften oder viel weniger die Aufmerksamkeit erregen, als die, die sofort eine Bekanntheit registriert wird. Ich schaue mich gerade hier um und könnte jetzt nicht behaupten, dass da Begriffe eine allzu große Rolle spielen. Aber das ist eben eine Beschaulichkeit, die weniger etwas intendiert. Das schaut jetzt so aus, als würde sich diese Behauptung jetzt mit dem widersprechen, was ich in der letzten Folge angedeutet habe, dass eigentlich nichts, das immer mit Begriffen wahrgenommen wird. Und insofern, muss ich die Einschränkung machen, insofern jemand es auf etwas abgesehen hat, dann findet eine Sortierung dahingehend statt, dass die Dinge, die für diese Absicht keine Rolle spielen, wegabstrahiert werden. Und ja, das ist jetzt so objektivistisch betrachtet, muss ich jetzt für mich da eine Ausnahme gelten machen. Ich könnte das so verallgemeinert, kann man das nicht stehen lassen. Jemand, der bewusst mit der Sprache umgeht, da wird es nicht der Fall sein, dass er sich praktisch die Aufmerksamkeit lenken lässt von seinen Sprachgewohnheiten. Das ist eher so, bei jemandem, wo diese Bewusstheit nicht vorhanden ist. So wie bei jemandem, der kein Sprachbewusstsein hat, so jemand im Grunde genommen von der Sprache gedacht wird, dahingehend ist es zutreffend. Und ich denke mal, dass man dann da auch davon sprechen kann, dass so jemand, der eben über kein Sprachbewusstsein verfügt, auch in seiner Wahrnehmung davon beeinflusst ist. Ja, dann soll es das gewesen sein bei der Nummer 49. Weiter geht es mit der Nummer 50. Die allgemeinen Begriffe entheben, uns der zeitraubenden Mühe, uns mit unzähligen Einzelfällen befassen zu müssen. Das ist der Nutzenaspekt, um nochmal Missverständnissen vorzubeugen. Es geht hier nicht darum, die Verallgemeinerung oder die Abstraktion zu verteufeln. Es geht nur darum, die logische Verallgemeinerung nicht als Nonplusultra beziehungsweise als Wahrheit an sich gelten zu lassen. Als absolute Wahrheit, die nicht bezogen ist auf einen konkreten Menschen, der ganz bestimmte Dinge denkt, sieht, wahrnimmt und dann auch zu seinen Schlüssen kommt, das ist der Punkt. Aber dass die Sprache nützlich ist, ist überhaupt keine Frage. Und damit auch die allgemeinen Begriffe ist nichts anderes wie auch in der Technik. Werden Maschinen, werden genau aus dem Zweck herausgebaut, dass einzelne Abläufe, Arbeitsschritte automatisiert werden, verallgemeinert werden und so eine Arbeitserleichterung stattfindet. Das ist jetzt auf sprachlichem Gebiet genauso der Fall. Bloß sollte man eben immer wissen, aus welchen Gründen jetzt verallgemeinert wird und sich im Klaren sein, dass dann diese viele Einzelheiten für eine bestimmte Sache keine Rolle spielen und deswegen vernachlässigt werden können. Das muss aber jemand bestimmen, das muss jemand beurteilen, das muss jemand entscheiden. Und die Frage ist dann immer, es geht dann letztlich um die Machtfrage, ob jemand unter Umständen über andere dann Entscheidungen trifft, die jetzt in einer bestimmten Sache gar nicht einer Meinung sind und etwas ganz anderes weggelassen haben wollen. Und das ist dann eine ganz andere Diskussion, wenn es um Interessen geht, die jemand hat. Da geht es jetzt nicht um eine absolute Wahrheit oder vielleicht jetzt in dem Fall, was den größeren Nutzen bietet, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist dann wieder eine ganz andere Diskussion und hat ganz andere Voraussetzungen, die dann konkret geklärt werden müssen. Das steht dann auf der Probe, ob jetzt jemand diese oder eine Methode bevorzugt. Dann wird es eben ausprobiert und dann sieht man das schon. Das kann sich auch über längere Zeiträume hinweg abspielen, dass dann eine Vorhersage bzw. jemand dann schon noch abstrakter denkt und sagt, ja, das ist jetzt hier kurzfristig, aber längerfristig wird es sich dann eben doch auszahlen, dass diese Methode verwendet wird. Dann wird es unter Umständen länger dauern, bis dann sich herausstellt, welche Methode die bessere ist. Das ist aber ein ganz anderes Verfahren als ein solches, das auf eine absolute Wahrheit abhebt und da eine Methode verlangt, wird, die man zu befolgen hat von irgendjemandem, der jetzt 5000 Kilometer weiter weg ist und eigentlich von den speziellen Umständen vor Ort gar keine Ahnung hat, dann will, dass man diese befolgt. Das wäre dann noch die höhere Abstraktionsform oder es gibt sogar einen Papst, der unfehlbar ist und der sagt dann hier, so und so geht es, muss das gemacht werden und es ist keine Widerrede. Es wäre noch abstrakter, die ganze Angelegenheit, beziehungsweise es bestimmt einer allgemein die allgemeine Geltung für alle. Und um das geht es, dass das nicht stattfindet, dass über die Köpfe der Leute hinweg etwas entschieden wird und die subjektiven Erkenntnisse oder die subjektiven Wahrheiten dabei keine Rolle spielen. Jetzt haben wir noch mal einen Rekurs auf die Wahrnehmung von oben. Vielleicht gibt es jetzt einen größeren Aufschluss für die etwas holprige Erklärung, muss ich zugeben, unter der Nummer 49. Max Weber, Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Die Einschulung des Auges auf die Beobachtung der Wirkung qualitativ gleichartiger Ursachenkategorien und die stete Verwendung des gleichen begrifflich-methodischen Apparates bietet alle Vorteile der Arbeitsteilung. Wie schaut es jetzt aus mit der Einschulung des Auges auf die beobachtende Wirkung? Das ist auf alle Fälle, kann ich dem zustimmen, dass die beobachtete Wirkung jetzt hier eines Zimmers, dass hier nichts, wenn jetzt kein Fenster offen ist, das Durchzug ist, wird sich hier nichts bewegen und davon gehe ich aus. Also das habe ich beobachtet, dass hier von keiner Bewegung auszugehen ist. Und wenn jetzt irgendetwas abgestellt worden ist und das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, vertikal zur Abstellfläche platziert, dass das eventuell die Möglichkeit besteht, dass es rutscht und auf der Seite wegrutscht, dann kann es mir passieren, dass dann eine halbe Stunde, Stunde spät auf einmal irgendein Knall in der Küche ist, ist der Gegenstand umgefallen. Aber das wird mich dann erschrecken, je nachdem wie laut das ist. Es ist auf alle Fälle ungewohnt und wird mich aus meinem momentanen Bewusstsein herausreißen. Aber das ist jetzt hier auch nicht gemeint. Hier geht es bei Max Weber um den Wissenschaftler, um den Forscher, der die gleichen Begriffe verwendet. Und das bietet alle Vorteile der Arbeitsteilung. Im gesetzten Fall, es versteht jeder dieser Forscher unter einem Begriff dasselbe. Das sind da keine großen Unterschiede. Dann kann ein anderer Forscher unter den gleichen Voraussetzungen, weil er den Begriff dementsprechend versteht, auch im Sinne des Forschungszieles dann mitarbeiten, sodass dann mehrere Forscher jetzt, das sieht man jetzt heutzutage häufig, es gibt es eigentlich ganz selten, dass irgendeine bahnbrechende Entdeckung von einem Einzelnen gemacht wird. Es sind immer Nobelpreise werden, in der Regel an, was jetzt Wissenschaft angeht, Chemie, Physik und so weiter, meistens an zwei oder noch mehr Leute vergeben. Inwieweit ist da jetzt der Bezug zu unserem Thema da, das wäre die Sache der Einschulung mit dem Konservatismus oder der Gewohnheit, die durch die Sprache sich einschleift. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Moment, was jetzt die Wahrnehmung oder auch das Denken angeht. Und es ist einfach immer die Neigung da, sich es bequem zu machen und das schon Erfahrene, das Gewohnte weiter zu betreiben. Das ist so eine Grundeinstellung, die dann auch dazu führt, dass grundsätzlich nicht auf etwas Neues es abgesehen hat, gar nicht, das kommt gar nicht in Frage, das ist gar nicht im Verhaltensschema, Denkschema enthalten. Und die halbe Stunde ist schon wieder rum, schon seit zwei Minuten. Ich markiere die Nummer 52 für die Abteilung 11, Folge 11 und verbleibe bis auf weiteres Ein-Peace und Out! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und nach ein paar Minuten. Vielen Dank.